Auch während und nach der Corona-Krise bleiben Klimawandel, Digitalisierung und auch der demografische Wandel eine große Herausforderung und ich sehe hier mit großer Freude die vielen Unternehmen, vor allem auch die Startups, die hier zukunftsweisende Anwendungen entwickeln und anbieten und deshalb brauchen wir auch gezielte Investitionen in innovative Ökosysteme, in Zukunftstechnologien, die für große und kleine Unternehmen die Basis für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung sind. Wir müssen diese Rehabilitation am gleichen Moment bewegen, als wir die grönen und digitale Transformation der Europäischen Union accelerieren. Wir wollen unsere Wirtschaft nicht zurückkehren, wir wollen sie zurückkehren. Denn in der Beginn dieser Zeitung, viele Ingenieure waren gesagt, dass nichts mehr passiert in der industrie und jetzt müssen wir nach digitalen oder so weitergehen, um zu schauen, für Innovation, um die Welt zu verändern. Und guess ist das? Wir haben nur gehört, dass durch die Green Deal und durch Digitalen, die industrie ist, again, ist, again, leading diese Transformation, weil das ist, wo wir die meisten innovativen müssen. Es ist essentiell für die gesamte Industrie in Europa, dass die Europäische Auto- und Supplier-Industrie, diese Position zu bewegen in Innovationen. Das bedeutet, dass wir neue Systeme, neue Propulsion-Systeme, wir müssen auf Batterie-Technologie, wir müssen auf Hydrogen-Technologie, Fuel-Cell-Technologie, wir arbeiten, aber wir müssen das, das wir müssen, und wir müssen das, das Geld zu finanzieren, um all diese Programme zu halten, um uns in dieser Leading Position in Europa, in der Fahr- und Supply-Industrie. Und das ist deshalb, dass wir die Fahr- und die Fahr- und die Fahr-Industrie, wir müssen wie die Auto-Industrie, und wir müssen die Fahr- und die Fahr-Industrie. Der Neue zu reduzieren die ecologische Foehrung hat auch viel emphasis in AI, so we have a very heavy programme on Artificial Intelligence, and this is a positive technology, somehow critically debated, and ethics is important, we are working together with the European Commission, an expert group, to get the ethics framework right, but it really helps bring down the resource footprint of our manufacturing sites today. So today we are saving energy, we reduce scrap costs by employing AI. Die Unternehmen nutzen die Krise als Chance. Am häufigsten wollen die Unternehmen dabei künftig verstärkt Angebote, Abschläufe, digitalisieren. We are a third of the companies who focus on that. And I think this momentum we have to support, kurzfristig and mittelfristig. Hydrogen will be an indispensable part of our energy infrastructure of the future. So we are working on hydrogen topics, especially fuel cells, to be put in heavy-duty trucks first, but also eventually into cars. This will not happen tomorrow, but before 2030, it will happen and it will complement the battery electric vehicles. Horizon Europe will also make a particular effort on innovation, particularly on disruptive innovation, where as you know, we are creating the European Innovation Council. The counterpart, if you want, of the European Research Council. The European Research Council is, as said, Europe's noble price factory, and the European Innovation Council should be Europe's unicorn factory. The EIC is already up and running and is providing very significant funding, but also equity investment into disruptive, innovative SMEs and startups in Europe. We should invest where there is a lot of potential, potential to boost Europe value chains and create jobs and growth across Europe. Europe must become a leader in future technologies. We need to massively increase our investments in technologies like artificial intelligence, quantum computing, e-mobility, hydrogen technologies, health industry or bio-intelligent systems. You are here with us, so that is something that means we can enhance our system now.